Titel S8 Grand Champion. In 3, 2, 1 kaufen wir den neuen Season 9 Rocket Pass. Let's go! Mit der neuen Season 9 gibt es natürlich auch einen neuen Rocket Pass. Und falls du dir eventuell den neuen Rocket Pass kaufen möchtest und dafür Credits brauchst, schau jetzt unten in die Videobeschreibung. Dort findest du nämlich den Link zu meiner Partnerseite Rocket League Exchange. Und hier siehst du eben auch schon, dass du die Credits eben einfach günstiger wie normal in Rocket League bekommst. Du zahlst beispielsweise für 1000 Credits nur 6,79 Euro und mit meinem Code REAPERS sparst du auch nochmal 3% auf deinen Einkauf und sparst damit auch nochmal 20 Cent. Also jetzt unbedingt den Link in der Videobeschreibung abchecken. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Oh mein Gott, Freunde, Season 8 ist vorbei. Heute hier in diesem Video geht es in Season 9. Ich hab richtig Bock. Ich hoffe, du auch. Lass ein Like da, lass ein kostenlos Abo da und hau mir mal gerne deine Meinung zu Season 9 in die Kommentare. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Heute hier in diesem Video gibt es auf meinem Kanal erstmal die Season 8 Grand Champion Belohnungen. Dann schauen wir uns auf jeden Fall den neuen Rocket Pass an, natürlich auch die neuen Herausforderungen. Wir schauen uns einfach komplett Season 9 an. Ich hab richtig Bock, bin sehr, sehr gespannt. Und im Hintergrund seht ihr direkt Titel S8 Grand Champion. Limitierter Spielertitel, ja, mein S8 Grand Champion Titel, meine Grand Champion Belohnungen. Ziemlich geil, hab ich endlich nach langer Zeit mal wieder geschafft. Und das ist jetzt auch mein allererster Grand Champion Titel auf diesem Account, da ja eben mein einer Hauptaccount leider damals gebannt wurde. Wir drücken natürlich auf jetzt anlegen. Hier sehen wir direkt auch den Season 8 Grand Champion Spieler Banner. Den legen wir auch mal an. Dann gibt es natürlich auch noch den Champion Banner, den Diamond Banner, den Platin Banner, den Gold Banner, den Silber Banner und natürlich auch den Bronze Banner. Die Banner sind natürlich angepasst auf die Season 8, auf das Street-Thema. Was wir ja eben hatten, ist ziemlich cool da, die auch animiert sind. Finde ich richtig geil und oh mein Gott, wir haben einfach Starliner bekommen als Schwarzmarkt animierten Aufkleber. Hä, wo kommt der denn her? Keine Ahnung, vielleicht hatte ich noch irgendwie ein paar Turnierpunkte oder so und haben das da vielleicht rausbekommen. Wir sehen direkt, der Hintergrund ist mega bläulich, also auch schon sehr eismäßig. Ja, der Untergrund auch so ein bisschen vereist. Ja, sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Wir stehen hier natürlich in der neuen Arena, Verbinden Tempel, als Season 9 Variante, wo wir eben diese zwei Gegensätze haben. Links ist Eis, rechts ist eben Feuer, Lava, wie man es eben nennen möchte. Jetzt kommen wir aber zum, ich würde sagen, erstmal Item Shop. Ich denke, da wird sich aber wahrscheinlich nicht so viel verändert haben. Ja, nee, okay, ist alles so wie gestern. Wir sehen nur hier Drachenschwing im Port. Aufsatz, okay, ist, glaube ich, vielleicht neu. Habe ich vorher jetzt nicht drin gesehen. Und wir haben natürlich auch gerade noch einen pinken Octane am Start. Ja, ziemlich geil, sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Ist, äh, gerade im Shop für 700 Credits. Kostet an sich mehr, also schlagt da auf jeden Fall zu gerne mit meinem Crater Code. Jetzt kommen wir zum Rocket Pass und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir kennen ja das neue Rocket Pass Auto schon und zwar hier eben den MP-Rohr, der in meinen Augen jetzt ingame, wenn man ihn so sieht, ein bisschen hässliger aussieht wie aus den Trailern. Der Rocket Pass erstmal kostet natürlich, wenn wir uns das Ganze holen, eben wieder 1000 Credits oder 2000 Credits, je nachdem, wie viele Stufen man eben schon haben möchte. Hier in dem Fall bekommt man jetzt bei der Premium-Variante 12 Klassen dazu. Meine Empfehlung ist einfach, wenn ihr super viel spielt und ihr sagt, okay, ich brauche keine Klassen, ich spiele sowieso eines Tages den Pass durch bis zum 8. März, dann würde ich euch auf jeden Fall den für 1000 Credits empfehlen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, ich zocke nicht so viel, ich möchte trotzdem recht weit im Rocket Pass kommen, kauft den für 2000 Credits. Das ist meine persönliche Empfehlung. Wenn ihr Credits braucht oder generell den Rocket Pass günstiger haben wollt, schaut jetzt mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nämlich den Link zu meinem Partner Rocket League Exchange und dort könnt ihr eben, wie gesagt, immer günstiger Credits kaufen und auch die Rocket Pass Angebote sind einfach günstiger. Also schaut aber vorbei mit meinem Code REAPERS, spart ihr doch 3%, ihr kennt das ganze, Freunde. Und wie gesagt, geht die Season bis 8. März, also so lange hat man Zeit, vom 7. bis 8. Ist in Ordnung, ja, drei Tage vor meinem Geburtstag endet die Season einfach und jetzt schauen wir uns erstmal die ganzen neuen Items an. Ja, wir haben hier Klasse 2, sieht auf jeden Fall nice aus, ja. Hier haben wir Klasse 3, ich kaufe natürlich auch gleich den Rocket Pass, ja. Aber erstmal schauen wir uns die Items an und schauen, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, ja. Party-EP-Boost ist natürlich auch wieder am Start. Wir haben hier einen Eis-Banner am Start, so einen Eis-Dragon-Banner. Dann hier so Räder. Hier einen animierten Aufkleber, einen Spielertitel. Natürlich auch wieder ein paar Lackierungen. Mal gucken, wo es interessant wird. Okay, hier haben wir schon mal den Dachaufsatz aus dem Trailer. Den hatten wir schon gesehen. Dann hier haben wir wieder den nächsten Banner, der ziemlich geil aussieht, muss ich sagen. Mit dem S8 Grand Champion. Sieht geil aus, so in Kombination. Hier wieder ein Aufkleber. Dann haben wir hier wieder einen Aufkleber. Ja, irgendwie so, ja, nicht so schöne Reifen. Dann hier wieder ein Trail. Ah, okay. Hier haben wir auch wieder die eisige Axt, ja. Eine Antenne aus dem Trailer. Credits gibt es natürlich auch immer im Rocket Pass, wenn ihr euch im Prinzip einmal den Rocket Pass kauft. Das ist ziemlich cool. Habt ihr jeden Rocket Pass gratis, wenn ihr alle Credits spart und die nicht irgendwie ausgeben solltet, ne. Also das ist auch so eine kleine Randinformation. Das sieht irgendwie ganz wild aus. Mal gucken, hier haben wir noch so Eisräder. Okay, hier haben wir so einen Eisboost. Auch interessant. Das ist halt wirklich so ein kompletter Eis- und Lava-Rocket Pass, ne. Oh, okay. Die erste Torexplosion. Auch wild. Nimmt man auf jeden Fall alles mit. Ah, ja. Hier auch das Schwert. Also die Lava-Sachen sind auf jeden Fall, die kommen erst später. Bin auch mal gespannt. Boah, die Räder sind teilweise so hässlich, ne. Also da waren jetzt noch keine coolen Räder am Start. Wo ich sagen würde, ey, Alter, die sind richtig mördergeil. Auch die Dachaufsätze finde ich halt super, super nervig. Wäre halt jetzt nichts, was ich auf mein Auto packen würde. Ja, die Antennen halt auch. Also hier ist jetzt bisher noch nichts drin. Okay, doch. Das finde ich krass. Das Dekel ist krank. Also ab Stufe 62 kriegt man dieses Dekel. Finde ich sehr geil. Das muss ich sagen, ist das Erste, was ich wirklich richtig hardcore geil finde. Ist aber immer so, dass erst später beim Rocket Pass die geilen Dinge losgehen. Was haben wir hier? Oh, ja. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier den MP-Rohr 2. Es gibt ja immer zwei Varianten. Hatten wir ja bei dem Honda Civic auch. Da hatten wir dann diese Type-R-Variante. Hier ist es eben auch so, dass es noch eine weitere Variante gibt. Und hier gibt es natürlich jetzt auch die ganzen Painted-Sachen. Die gehen ab Stufe 71 los. Und bis Stufe... Bis wo geht denn der eigentlich? Das ist auch neu. Normalerweise ging der Rocket Pass eigentlich immer bis Stufe 70. Und dann wurde nicht weiter angezeigt. Und dann, ja, ging es eigentlich... Oder war es doch Stufe 100? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall geht der ja im Prinzip weiter. Nur die Items kommen halt erst danach, wenn man wirklich dann da angekommen ist. Hier sehen wir auch zum Beispiel die wahrscheinlich... Coolste... Okay, ich dachte, das wäre eine Torexplosion. Einfach ein titanweißer Aufkleber, den ich jetzt auch nicht so schön finde. Ja, im Großen und Ganzen... Hier, was ist das? Auch ein Aufkleber. Haben wir hier noch irgendwas richtig Cooles am Start? Ich glaube nicht, ne? Also da... Weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich den bisher jetzt noch nicht so übelst krass finde, den Rocket Pass. Aber wir müssen ihn natürlich trotzdem kaufen. Ähm, ja, wie gesagt, ich kaufe jetzt einfach mal kurz eben Credits und dann kaufen wir den Rocket Pass. Die Credits sind da und jetzt würde ich sagen, kaufen wir einfach mal den Rocket Pass für tausende Credits. Ja, das reicht mir auf jeden Fall. Ich zocke eh relativ viel und werde dann, denke ich mal, auch sehr, sehr weit im Rocket Pass kommen. In 3, 2, 1 kaufen wir den neuen Season 9 Rocket Pass. Los, let's go! Da ist er und hier ist auch das neue Auto der MP-Rohr. Im Menü, finde ich, sieht das Auto irgendwie ein bisschen klumpig aus. Sehr, sehr lang und irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich in-game anfühlt. Das werden wir aber nicht heute in diesem Video testen, sondern morgen in dem Video. Ansonsten würde das Video einfach zu lang gehen, denn wir haben natürlich auch noch die neuen Turnierbelohnungen und die schauen wir uns natürlich jetzt auch einfach mal ganz kurz an. Da haben wir zum einen eine lauernde Schuppe. Lauernde Schuppe ist auch ein sehr außergewöhnlicher Name. Dann haben wir hier Feuerschlag. Dann wieder einen animierten Aufkleber. Dann haben wir hier so zweimal, ja, ich finde es sehr, sehr hässlige Räder. Dann haben wir hier Feuerball als Boost. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Verschmort. Octane, scharfer Streifen. Okay. Dann haben wir hier wieder Räder, die auch nicht schön sind. Dann einen Dachaufsatz und hier unten kommt wirklich wieder nur noch Bullshit. Im Großen und Ganzen, ich muss sagen, die bisherigen Season 9 Items feiere ich nicht so krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem auch die Turnier-Items. Da ist jetzt kein Item dabei, wo ich sage, ey, wow, das möchte ich unbedingt haben. Da, finde ich, hatten wir schon coolere Seasons mit cooleren Items. Also da haben die jetzt nicht ganz so meinen Geschmack getroffen. Natürlich sind auch alle Ranked-Ränge wieder zurückgesetzt. Man muss sich wieder einranken. Da ist aber immer wichtig zu erwähnen, ihr verliert nicht komplett euren Rang. Nein, ihr werdet in etwa da, wo ihr vorher wart, auch wieder einranken. Also nur, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, dass man seinen Rang nicht komplett verliert. Das ist im Großen Season 9. Wir schauen uns noch mal kurz die neuen Herausforderungen an. Aber da ist halt auch alles wieder ganz normal, so wie wir es schon kennen. Die Herausforderungen haben sich nicht großartig geändert. Ist alles wieder mit Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3 und zu guter Letzt Etappe 4. Kennen wir alles schon. Wie gesagt, ist das Season 9. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu Season 9 in die Kommentare. Lasst ein Like da und lasst auch ein kostenloses Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon morgen beim nächsten Video, wo wir dann den Empora MP-Rohr testen. Das neue Rocket Pass Auto. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Meine Meinung zum neuen Rocket Pass Auto sitzt dann morgen im Video. Checkt das aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Barreapers Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Barreapers Video.